Was geht ab Leute? Heute gibt es endlich mal wieder ein neues Video. Oh mein Gott, was läuft denn hier falsch? Wow, ach, jetzt fällt es mir auf. Ich habe ja die falschen Schuhe an. Wow, ich habe doch gleich gemerkt, dass hier irgendwas anders ist als sonst. Naja, natürlich wollte ich darauf hinaus, dass man sich dank des aktuellen Halloween Events jetzt in Monster verwandeln kann. Wozu das gut ist, weiß ich gerade noch nicht. Insgesamt sieht auch das Interface ein bisschen anders aus als sonst. Alles halt im Halloween Style dekoriert, sogar diese kleinen Symbole hier unten. Naja, auf jeden Fall würde ich mich natürlich auch unbedingt mal sehr gerne in ein Monster verwandeln wollen. Deshalb hole ich mir schnell diese Event Quest ab. Ähm, mach sie kurz. Obwohl ich auch noch nicht ganz sicher bin, was ich überhaupt machen soll. Ähm, aber naja, mal schauen. Oh, sogar die Schleime sehen weitaus gruseliger aus als sonst. Aber, ich habe herausgefunden, dass ihr hier, ich weiß nicht, ob ihr die bei allen Monstern droppt oder nur hier jedenfalls, gibt es auch bei den Schleimen hier gestohlene Süßigkeiten, die man anscheinend ja recht schnell zusammen bekommt. Aua. Also, farme ich jetzt kurz 30 davon und dann geht's weiter. So, mal ganz schnell diese 30 Süßigkeiten gesammelt, um sie auch gleich hier abzugeben. Yay. Oh, ist wahrscheinlich, ist die Quest wieder holbar? Ne, es gibt ein Swipe-Tile. Cool. Ja, das werde ich dann auch irgendwann machen. Aber natürlich möchte ich erst meine Quest-Belohnung anwenden. Moment. Cool. Man hat sogar 10 Stück von diesen Verwandlungsdingern bekommen. Und Feuerwerk. Mal schauen, wie das aussieht. Oh, Mann. Atemberaubend. Das war so schön. Das möchte ich gleich noch einmal bewundern dürfen. Wow. Wirklich traumhaft. Aber naja, nun schauen wir uns doch mal endlich an, welches Monster wohl meinem persönlichen Charakter nach der Meinung von Fiesta Online am meisten entspricht. Oh, ha, geil. Ich bin eine Spinne. Tja, passt ja, weil ich gerne im Spinnenraum farme. Ich und ein Kumpel Verlustig haben uns letztes Mal darüber unterhalten, was wäre, wenn Spinnen, also Real-Life-Spinnen, fliegen könnten, ja? Aber naja, genug. Anderes Zeugeregelt. Oh, was ist denn das? Ein geheimnisvoller Tempel. Cool, da gehe ich mal hin. Ähm, okay. Wieso bin ich der Einzige, der hier verwandelt ist? Nee, da ist noch jemand. Oh, komm, kleines Bienchen. Uh, was sind das denn für Viecher? Böse Flammen-Bienchen. Nein, oh mein Gott. Machen die mir irgendwie Schaden oder so? Wow. Ah, nein. Aua. Uh, Alter, die haben mich ja voll an den Anfang zurückgekickt. Ach, wahrscheinlich muss ich, ach, die erinnern mich an diese Viecher vom, äh, wie heißt das? Teufelsdum, genau. Die hatten auch immer so eine, mit dem Weghauen und so. Oh, aber hier kann man diese Bewegungsroute nicht ganz so einfach planen. Wow, nein, uh, nein. Yeah, ich hab's geschafft. Oh, okay, doch nicht. Oh Mann, ich bin so gut. Wie lange hält diese Verwandlung eigentlich? Eine ganze Stunde, geil. Hä, was denn jetzt passiert? Oh, da war doch überhaupt nichts. Sind hier eigentlich nur normale Leute? Oder gibt's hier auch einen PC? Hä, was? Vielleicht gibt's hier irgendwas Cooles. Ähm, so, jetzt schaffe ich's aber. Okay, doch nicht. Hm, gar nicht mal so einfach, an diesen, ja, trügerischen Feuerbienchen vorbeizukommen. Ähm, oh ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Komm, ein Vieh noch. Oh mein Gott. Yeah, ich hab's geschafft. Oh nein, da ist ja noch ein ganzer Flur von denen. Oh Gott. Oh, oh Gott, der, oh ja, natürlich. Lol, WTF, was ist das denn? Oh, 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 oh. Habt ihr dieses fette Vieh da hinten gesehen? Oh mein Gott, nein, oh. Ich muss hier irgendwie lang krabbeln. Oh, oh, ne geister Krabbe. Geil, die hat mich ja nicht rausgekickt oder so. Hä? Ist ja lustig. Die hat mich irgendwie nur so nach oben gestarnt oder irgendwie so. Oh, oh, ich krabbel weiter. Oh mein Gott, na toll. Ja, toll, was soll ich denn da machen? Nein, ich bin schon wieder am Anfang. Oh je. Naja. Ich werde das jetzt noch mal ein bisschen probieren, bis ich ein bisschen weiter bin. So, ich bin jetzt wieder relativ weit vorne angekommen. Oh, Geisterbienchen, nein. Wow, jetzt sind hier sogar schon Geisterbienchen. Ähm. Gut. Nein, da kommt wieder dieses Krabbenvieh. Nein, was soll ich nur tun? Ich muss hier ganz schnell lang. Wow. Nein. Oh, wow, ich bin so gut. Bitte geht's nicht nach links. Ja, Mann. Oh, gut. Oh, hä? Ich habe eigentlich ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich überhaupt hin soll. Geil, das ist so ein Portal. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, Bietchen. Fuck. Ach, Mann, ich war so weit. Ey, ist das blöd. Oh je. Naja, ich kämpfe mich mal vor bis zur nächsten Etage. Huch. Lol, jetzt ist hier schon Helga drin, ey. Oh, Mann, na, viel Spaß, ey, wann so groß ist da lang. Das ist natürlich, als Schleim wäre es, glaube ich, richtig einfach, ne? Weil dann ist man ja so klein. Na, naja. Mal schauen, ich schaffe es schon noch hier durchzukommen. Irgendwann. Yay, ich habe es endlich geschafft, hier durchzukommen. Der letzte Weg, ja, die letzte Strecke hier ist wirklich die schwerste. Das kann ich euch sagen. Oh, cool. Und hier sind jede Menge Truhen. Mal schauen, was wir da so drin finden. Zuckerstangen, lecker. Gibt es ja auch irgendwas Cooles drin? Irgendwas Nützliches? Na, muss ich dann mal weiter schauen. Aha. Ah, diese Zuckerstangen braucht man also nur, um den zweiten Teil der Quest zu erledigen. Das ist ja praktisch. Mal schauen, was ich dafür bekomme. Oh, cool. Noch mehr Verwandlungsdinger. Yay. Und noch mehr super Feuerzeug. Oh, mein Inventar ist voll. Ja, super. Moment. Yeah. Also insgesamt bekommt ihr... Moment. Hä? Moment. Ah, ich habe mich schon gewundert. Es gibt nämlich zwei verschiedene Arten von diesen Verwandlungssüßigkeiten. Und natürlich noch mehr episches Feuerwerk. Yay. Komm schon. Achso, ist dann cool. Na gut. Probieren wir doch einfach mal eine von den anderen aus. Mal schauen. Uh, cool. Eine Krabbe. Los. Oh, ich greife alle Leute in Älderina an. Wow. Ich werde euch vernichten. Yeah. Nein. Mal schauen, was noch so geht. Ach, ach, da muss ich mir jetzt zurückverwandeln. Ups. So. Komm schon, komm schon. Yeah, ein Schleim. Oh, ich bin so niedlich. Noch viel süßer als sonst. Das ist ja richtig geil. Ach, ja. Tja, alles in der Nähe an meinem ziemlich cooles Event. Wie auch immer, macht es doch einfach auch mal. Ansonsten viel Spaß, Leute. Viel Spaß beim Zocken, meine ich natürlich. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.